So, hallo zusammen. Guten Morgen oder guten Mittag, wie auch immer. Gestern habe ich den Stream beendet nach Seven in the White, wo wir uns diese ganzen Sachen alle angeschaut haben. Die Ausrüstung, die mitgenommen worden ist. Ja, ich habe ja das gestern schon im Livestream gesagt, sag es jetzt auch nochmal, irgendwie habe ich mitten bei dem Ding gemerkt, ich bin müde und dann, wenn ich merke, ich bin müde, bringt es nichts. Wenn ich da weitermache, sondern wenn ich merke, ich bin müde, dann lasse ich das Thema einfach. Jo, heute Abend denke ich mal, entweder 20, also entweder 19 oder 20 Uhr, müssen wir mal schauen, ja, irgendwie so in dieser Richtung irgendwie was. Ansonsten schauen wir uns die Dokumentation über Katalonien an. Die Dokumentation wurde sich gewünscht. Das haben wir gestern nicht gemacht. Das wird heute nachgeholt. Ansonsten schwanke ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, was wir uns nochmal anschauen können. Ja, genau. Und eine Sache noch, weil die Frage kommt ja immer, wann zürgst du endlich? Ich zocke, solange ich meinen alten PC habe, nichts mehr. Das möchte ich nochmal sagen. Ich werde, solange der alte PC noch da ist, nichts zocken. Wir haben gestern mal, just for fun, mal wieder ein Spiel ausprobiert. Ihr habt gesehen, dass es leckt und zwar richtig heftig leckt. Und solange das so der Fall ist, mache ich nichts in der Richtung. Es bringt nichts. Und es ist auch ganz klar zu sagen, wenn ich läuft gehe und die Frage kommt einmal, werde ich die einmal beantworten. Sollten sich dieselben Typen trauen, immer wieder dieselbe Frage zu stellen, dann mache ich das so wie immer. Dime out und beim zweiten Mal blockiert und tschüss. Ja. Ihr habt jetzt hier auch dieses VOD, wo ihr auch das jetzt gerade gehört habt. Also wer sagt, er weiß von nichts. Ja, Pech gehabt. Ansonsten bis heute Abend. Und ja, bis dann. Ja, bis dann.